Herzlich willkommen aus unserem Fraktionsstudio im Brandenburger Landtag. Am Mikrofon ist Detlef Frier. Und wenn ich Ihnen sage, dass wir heute mit Kathi Muxel reden, die in dieser AfD-Landtagsfraktion die forstpolitische Sprecherin ist und die in Grünheide wohnt, dann drängt sich das Thema so was von auf, da muss ich keinem helfen. Es geht natürlich um Tesla und ich sage herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Kathi Muxel. Danke, dass ich herkommen durfte und danke, dass ich hier mal im Studio bin und natürlich jetzt um Tesla. Probleme erkennen und Lösungen liefern. Wir fühlen den Abgeordneten auf den Zahn. Sie hören die blaue Runde, den Podcast aus dem Brandenburger Landtag. In dieser Woche eine durchaus richtungsweisende Entscheidung. Die Bürger in deiner Gemeinde, es waren über, korrigiere mich, über 7000, die hätten abstimmen können. Wie viel haben abgestimmt über die Zukunftspläne von Tesla? Also nachher abzüglich dessen der ungültigen Stimmen waren wir bei einer Wahlbeteiligung kurz über 60 Prozent, was schon sehr viel ist. Das ist auf jeden Fall viel. Die Bürger vor Ort bei dir in Grünheide merken, es geht nicht um alles, aber es geht tatsächlich um viel. Es geht um unsere Heimat. Es geht um unsere Natur. Es geht um ganz viel Wald. Aber für diejenigen, die uns vielleicht nicht unbedingt im Raum Berlin-Brandenburg hören, die gar nicht wissen, worum es geht. Tesla, ganz klar, amerikanischer Automobilhersteller, baut Elektroautos. Das seit wann bei euch in Grünheide? Der Baubeginn wurde verkündet im November 2019. Und jetzt ist die Fabrik fertig, baut ganz viele Autos. Wie viel Platz hat sich Tesla bisher in Grünheide schon gegriffen? Also ursprünglich wurden 300 Hektar zusammenhängender Mischwald aus dem Brandenburger Landeswald ausgegliedert und von der Landesforst, also vom Ministerium, an die Firma Tesla verkauft. Auch dann mit der Maßgabe, dass sie dort bauen konnten, immer mit Vorabgenehmigungen. Und der Knackpunkt an der Sache von Anfang an war, dass halt 300 Hektar teilweise im Wasserschutzgebiet und im direkten Bereich der Trinkwasserbrunnengewinnung, also das Trinkwassergewinnung für den Raum Straußberg-Erkner und teilweise für Berlin liegen. Über das Wasserschutzgebiet und die eigentlich Unmöglichkeit darin zu bauen und dann noch einen so großen Industriebetrieb zu bauen, reden wir vielleicht gleich noch in diesem Podcast. Wir gehen nochmal zurück auf die Abstimmung. Wie lange hatten die Bürger jetzt Zeit abzustimmen und über was ganz konkret haben sie abgestimmt? Es ging ja um eine Erweiterung dieser schon sehr großen Fabrik. Also ursprünglich hat Tesla dann letztes Jahr oder schon vorher eine Planung vorgestellt für seine Fabrik. Da ging es dann auch ein bisschen hin und her, Batteriefertigung ja oder nein. In der ursprünglichen Planung war dann auch der Güterbahnhof schon mit drin und auch alle anderen Dinge, die Tesla braucht. Und im Laufe des letzten Jahres kam dann plötzlich für uns sehr überraschend die Nachricht, Tesla möchte noch mehr Land, möchte insgesamt noch 170 Hektar Waldmeer roden und möchte den Güterbahnhof, den es jetzt eigentlich im alten Konzept auch schon hat, plötzlich dorthin bauen und möchte einen Betriebskindergarten und Sanitäranlagen bauen. Jetzt ist es aber so, dass ich mir schwer vorstellen kann und ich glaube, die meisten höre auch, dass man auf 170 Hektar Sanitäranlagen Kindergarten baut. Und wie gesagt, der Bahnhof war vorher schon geplant. Also war natürlich klar, dass viele Leute die Sache nicht geglaubt haben, gesagt haben, natürlich kommt dann wieder eine Erweiterung des Industriegebietes hin und hier soll uns wieder irgendwas verkauft werden, was hinterher gar nicht stimmt, weil man dann einfach eine Umnutzung beantragt. Das haben wir bei Tesla schon ganz oft erlebt, dass eine ursprünglich geplante Lagerhalle jetzt plötzlich eine Batteriefertigung ist. Und wenn wir mal aus dem All mehr oder weniger auf dieses Gebiet drauf gucken, dann sehen wir im Moment noch jede Menge Grün. Also jetzt im Winter nicht, aber so wie wir dann im Frühjahr sind, sehen wir jede Menge Grün. Das ist alles bewaldet. Das sind gewachsene Brandenburger Wälder, die stehen in einem Wasserschutzgebiet und das soll für das, was Tesla davor hat, also für die Gewinnmaximierung von Elon Musk, soll das mehr oder weniger alles fallen. Ja und die Landesregierung hat sich dann auch gedacht, dass es also ganz toll ist, auch den heimischen Bahnhof von Grünheide, nämlich Fangschleuse, der ein altgewachsener Bahnhof ist, der mittlerweile auch eine große Park- und Reitfläche hat, dass man diesen Bahnhof wegnimmt und dass man dann einen Bahnhof direkt ans Tesla-Gelände baut mit einem riesigen Bahnhofsvorplatz, mit einem Parkhaus. Und da hat sich dann der Widerstand der Bevölkerung wirklich geregt, weil der jetzige Bahnhof ist in Schulnähe. Das heißt, wir haben ja auch, wir bestehen ja aus vielen Ortschaften, viele größere Kinder kommen halt mit der Bahn zur Schule. Ältere Menschen haben nicht immer ein Auto, brauchen den Bahnhof auch, um nach Erkner, nach Berlin oder nach Frankfurt oder nach Fürstenwalde zum Arzt zu fahren. Und die müssten jetzt zu Fuß recht weit laufen zu diesem neu geplanten Fangschleuser Bahnhof. Und was dann die Pendler wirklich erbost hat, also da sind wir auch familiär betroffen, mein Mann auch, der fährt halt mit dem Auto zum Bahnhof Fangschleuse und dann fährt er mit dem Regio nach Berlin zur Arbeit, machen die meisten. Und momentan ist das Parken auf dem Park entreiht, kostenlos. Dann wurde in der Gemeindevertretung besprochen, na wenn da ein Parkhaus hin soll, wie stellt sich das denn mit den Gebühren? Kam dann wenigstens die Ortsansässigen Pendler sozusagen eine Freikarte? Nein, das konnte nicht garantiert werden. Das heißt, für die Bürger, die Pendler sind, hätten plötzlich noch immense Gebühren an Parkgebühren dazu gekommen, die keiner beziffern wollte. Und da hat sich dann jetzt wirklich mehr oder weniger ein richtiger Unmut gegen diesen ganzen neuen B-Plan 60 zusammengebraut, was auch damit zu tun hat, dass Tesla mehrere Betriebsunfälle hatte, die nicht genau aufgeklärt wurden, wo Flüssigkeiten ausgelaufen ist, wo es immer von der Landesregierung hieß, das ist alles nicht so schlimm, was da passiert. Dann natürlich die Sache, dass es keine Luftgütemessstation gibt, die die Schüler, also dort in der Nähe ist halt der Schulcampus von diesem jetzigen Werksgelände, wo man nicht weiß, wenn da jetzt wirklich mal ein Betriebsunfall ist, was ist denn da mit der Luft? Unsere Kinder gehen da zur Schule, unsere Kinder gehen da in den Kindergarten. Und so hat sich halt immer mehr aufgebaut, dass die Bevölkerung dann auch gesehen hat, dass dort kaum jemand aus Grünheide arbeitet, also aus den umliegenden Dörfern. Insgesamt arbeiten dort, glaube ich, nur 170 vielleicht Personen aus der direkten Umgebung in diesem Werk. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Leute kommen, ganz viele, man sieht es aus Polen oder halt wie gesagt aus Berlin, kommen entweder mit dem Zug dorthin oder die aus Polen dann mit dem Auto, die über die B1 fahren und dann durch unsere Dörfer zu diesem Werksgelände hinfahren. Und wenn denn die Bürger gesehen haben, dass sie ja da nicht mal Arbeitsplätze für die Region geschaffen werden, ihr Wald weg soll, die Lebensqualität sinken soll und sie mit völlig verstopften Straßen Richtung Ergner rechnen sollen, da haben die Leute einfach gesagt, nee, jetzt machen wir nicht mehr mit. Thema dieser blauen Runde ist die Tesla-Erweiterung. Wir reden mit der forstpolitischen Sprecherin der Fraktion und Grünheiderin mit der Abgeordneten Kathi Muxl. Kathi, wir haben jetzt das Drumherum sehr ausführlich abgeklärt. Was wir den Hörern draußen noch nicht gesagt haben, ist, wie ist das Votum denn jetzt ausgegangen? Wir haben gesagt, über 7000 konnten abstimmen, 60% davon sind zur Wahl gegangen. Wie ist es ausgegangen? Es ist ausgegangen, dass gut zwei Drittel der Bevölkerung eine Erweiterung von Tesla komplett ablehnen. Und das ist ein recht eindeutiges Votum. Wir haben Ortsteile, da ist es noch höher ausgefallen. Insgesamt lagen wir jetzt für alle Gemeindenteile zusammen. Also für ganz Grünheider als Amt Grünheide lagen wir bei fast zwei Drittel, die das ablehnen. Gibt es denn, das ist ja so ein Konglomerat, dieser Flächennutzungsplan. Da ist ja relativ viel drin. Du hast gesagt, da geht es um die Erweiterung von Tesla. 170 Quadratmeter Wald sollen fallen. Die wollen relativ viel bauen. Keiner weiß, ob das, was sie jetzt bauen wollen, im Endeffekt auch das ist, was sie dann schlussendlich bauen. Da sind aber auch andere Sachen drin. Da ist, wie gesagt, der Bahnhof mit drin. Da ist das Straßenbau mit drin. Da ist ein Bahnhofsvorplatz mit drin. Gibt es denn da noch weitere Diskussionen um das Ganze oder ist das ganze Konglomerat von Maßnahmen, die in diesem Flächennutzungsplan drin waren, ist das jetzt alles begraben für alle Ewigkeit? Und das muss man ja auch nochmal sagen, das Votum ist ja gefallen, aber es ist ja kein bindendes Votum. Also die Beerdigung des Ganzen kann ja nur über das entsprechende Votum der Stadtverordnetenversammlung. Das ist völlig korrekt. Und die letzte Stadtverordnetenversammlung oder die Gemeindevertreterversammlung, die das dann im Dezember auch letzten Endlich beschlossen hat, dass es diese Einwanderbefragung geben wird. Da wurde ja auch lange von allen Mitgliedern der Gemeindevertretung an dem letzten Endes finalen Text gefeilt und gefeilscht. Es wurden von der Bevölkerung die einzelnen Gemeindevertreter befragt, ob sie sich an das Votum auch wirklich halten würden. Weil es wirklich rechtlich so ist, es ist nicht bindend für den Bürgermeister und für die Gemeindevertretung. Und alle, alle Gemeindevertreter haben gesagt auf dieser Versammlung im Dezember, dass sie sich daran halten werden. Deshalb hat es auch sehr viel Unverständnis ausgelöst, dass schon im Vorfeld in den Medien immer darüber berichtet wurde, es ist ja nicht rechtlich verbindlich. Moralisch rechtlich verbindlich ist es aber seit Dezember sehr wohl, weil jeder einzelne Gemeindevertreter erklärt hat, dass er sich daran halten wird. Und deshalb fand ich es auch sehr fragwürdig und da stand gestern das Telefon bei mir dann wirklich nicht mehr still, dass Minister Steinbach erklärt hat, dass das ja jetzt erstmal eine Verhandlungsbasis sei und man könnte ja bis Mai, da gibt es dann wieder eine Gemeindevertretersitzung, wo man dieses Thema aufsetzen könnte, nochmal versuchen, die Bürger zu überzeugen oder andere Angebote zu machen. Das ist kein guter Stil und das kam auch bei den Leuten überhaupt nicht gut an. Weil das heißt nämlich, Bürger haben sich demokratisch beteiligt, haben sich die Pläne angeguckt, haben für ihre Heimat entschieden, dass sie, wie gesagt, Dorf bleiben möchten, dörflicher Charakter und dass sie keine Schlafstadt und kein Industriegebiet werden sollen. Und wenn dann in einer Abstimmung sehr, sehr viele hingegangen sind und auch ältere Menschen zum Briefkasten gegangen sind, alles eingeworfen haben und wenn dann ihnen erklärt wird, naja, ist ja schön, dass ihr jetzt abgestimmt habt und dass ihr uns erklärt habt, was ihr nicht wollt, aber wir machen jetzt trotzdem, was wir wollen, weil wir sind die Regierung, dann kommt das einfach gar nicht gut an. Bei der ganzen Geschichte muss man ja sagen, geht es um Geld. Ja. Es geht um brachial viel Geld, von dem die Landesregierung behauptet, dass es irgendwann auch mal zu uns zurückfließen wird. Im Moment geht es aber erstmal um viele Millionen, hunderte Millionen an Fördergeld, die in Richtung dieser Fabrik ausgelobt werden von der Brandenburger Landesregierung. Ich will niemandem was unterstellen in eurer Gemeinde, aber hat da eventuell der eine oder andere, der in kommunaler Verantwortung ist, auch da sowas wie so ein bisschen so Elon Musk's Dollarzeichen in den Augen? Das denke ich auf jeden Fall. Also beim Bürgermeister, bei Herrn Christiani, der immer zwar behauptet, er ist parteilos, aber sehr SPD-nah handelt, das ist auf jeden Fall so. Wir haben dann die Gemeindevorsteherin, Frau Pamela Eichmann, die als Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag für einen seltsamerweise SPD-Abgeordneten, Bundestagsabgeordneten arbeitet, der ausgerechnet für Verkehr und Entwicklung bei der SPD im Bundestag sitzt und aus Nordrhein-Westfalen kommt. Jetzt kann man sich natürlich denken, das sind alles Zufälle und es hat nichts mit nichts was zu tun, aber das glaube ich jetzt weniger. Und wie gesagt, die Bevölkerung hat halt auch gesehen, dass sie grundsätzlich übergangen wird, dass sie nicht mitgenommen wird und alle Investitionen um Tesla herum, das ist natürlich das, was die Bevölkerung auch besonders erboste letzten Jahre. Wir waren ja mal keine arme Gemeinde, aber alle Investitionen drumherum um Tesla, also Planung von neuen Straßen oder jetzt diese Planung dieses neuen Bahnhofsvorplatzes. Das ist immer Finanzierung der Gemeinde gewesen. Also weder das Land hat teilweise Geld dazugegeben, ja, aber nie hat Tesla irgendwas finanziert. Das heißt, die Gemeinde ist sukzessive, wurde dir immer mehr Geld entzogen, was jetzt darauf gipfelte, dass in Hangelsberg, einem Ortsteil von Grünheide, eine dringend notwendige Grundschule nicht selber mehr von der Gemeinde finanziert und gebaut wird, sondern dass dort auf Geländer eines Bauträgers, wo man im Prinzip ähnlich verfahren ist mit der Ansiedlung wie mit Tesla, also man hat die Bevölkerung da nicht mitgenommen, dass dieser Bauträger oder Industriepark jetzt einfach dort eine Grundschule baut und die Gemeinde sich die Grundschule dort nur noch abbietet, weil einfach nicht mehr genug Geld in der Kasse ist. Natürlich brauchen wir eine Schule, aber geplant war eigentlich eine Schule auf eigenem Grund und um Boden der Gemeinde zu errichten und da ist es nicht mehr möglich. Bleiben wir ganz kurz beim Boden. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen und mein großes Unverständnis darüber ausgedrückt, dass im Wasserschutzgebiet das gebaut wird. Ich weiß nicht, wenn Sie mal, wenn Sie nicht aus der Region kommen, mal ins Internet gucken und sich einfach mal Tesla Grünheide anschauen, da gibt es Luftbildaufnahmen bei den großen Suchmaschinenanbietern und sich angucken, was da für ein gigantischer Klotz in die Brandenburger Landschaft gefallen ist und das ist eben kein Klotz, in dem Bücher gedruckt werden, sondern da wird mit ganz viel hantiert. Da wird mit Chemikalien hantiert, da wird mit Ölen hantiert, da wird mit, wenn eine Batteriefabrik da hinkommt, wird mit ganz viel Säuren und anderem hantiert. Wie kann es überhaupt sein, liebe Kathi Muxl, dass sowas in einem Wasserschutzgebiet stattfindet? Der Standort war doch von Anfang an mehr oder weniger der Falsche oder liege ich da falsch? Das haben wir als AfD, also wie gesagt, wir sind für industrielle Ansiedlung in Brandenburg, aber wir als AfD haben immer gesagt, wir gehen vernünftig mit unserer Heimat um und wir sagen nicht, dass industrielle Ansiedlung nicht stattfinden soll, aber der Standort ist halt nicht nur ungeeignet, der Standort ist eine Katastrophe und jeder Politiker, der diesem Standort zugestimmt hat oder auch die Wasserbehörden, die da diese Genehmigungen letzten Endes erteilt haben oder Minister Vogel und das Landesumweltamt sind an dieser wirklichen Katastrophe auch schuld. Und es kam vor der Abstimmung, also vor diesem Beschluss der Gemeindevertreter, die Einwohnerbefragung überhaupt zu machen, schon darüber wurde lange verhandelt, dass es überhaupt alle Gemeindevertreter zugestimmt haben, kam im November raus, dass der Bürgermeister im Alleingang die untere Wasserbehörde in Besko, ist bei uns die Kreisstadt, beauftragt hat, dieses ganze Gebiet, auch das, über was jetzt hier abgestimmt wurde, aus dem Wasserschutzgebiet rauszunehmen und dafür ein Gutachten zu erstellen, dass es möglich ist. Ist das passiert? Bis jetzt nicht. Der Antrag ist aber im Besko eingegangen und das kam jetzt genau auch in der Befragung sogar raus, dass er das getan hat. Und ich finde, das ist gar kein Umgang mehr mit uns Menschen, die da leben, mit Menschen, die sich dafür einsetzen, dass ihr Trinkwasser sauber bleibt, dass ihre Kinder zur Schule gehen können und dass wir für die nächsten Generationen da wirklich noch eine lebenswerte Heimat haben. Wir möchten keine Industriemüllhelde werden, wo vielleicht in 20 oder 30 Jahren irgendeine Firma weiterzieht und dann haben wir da nur noch verseuchten Grund und Boden. Die Leute werden krank und keiner hat nachher Geld für die Sanierung. Du sprichst da was ganz Wichtiges an. Wir haben es in Warnburg ja nicht erst einmal erlebt. Mit viel Fördergeld wird Industrie hierher gelockt. Dann läuft es eine Zeit lang gut. Im Moment hat Elon Musk mit seinen E-Autos, naja, gerade noch so, so ein bisschen den Lauf. Wenn er nicht irrsinnige Rabatte geben würde, dann würden die Dinge auch im Laden kleben und keiner würde sie kaufen. Was ist denn, wenn dann irgendwann Schluss ist? Was ist denn, wenn diese E-Autos sich überhaupt nicht mehr verkaufen? Man hört von Unternehmen, die sich in China nicht nur warm laufen, sondern die zu Hochtouren auflaufen und Autos sehr viel besser, sehr viel günstiger anbieten. Was ist, wenn Elon Musk die Tore schließt und weiterzieht? Dann sitzen wir auf dieser fürchterlich verseuchten, riesigen Industriebrache? Ja, und ich sehe nicht, dass die Landesregierung sich dann dafür zuständig erklärt. Die wird sagen, ja, das befindet sich alles auf dem Gemarkung der Gemeinde Grünheide. Die Gemeindevertreter haben das beschlossen und der Bürgermeister, also sind sie letzten Endes auch für die Schäden dann alleine verantwortlich. Und da muss man sagen, haben die Bürger jetzt begriffen, dass es um ihre eigene Zukunft geht. Und dass es eben nicht nur darum geht, Ja oder Nein zu sagen, sondern diesmal auch wirklich sozusagen selber den Stift in die Hand zu nehmen, sich selber an der Abstimmung zu beteiligen und selber zu sagen, es ist unsere Zukunft und wir können nicht nur auf dem Sofa sitzen, sondern jetzt müssen wir selber etwas machen. Und das ist die von der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag. So oft, so häufig und so lange schon geforderte direkte Demokratie. Die Bürger können über Projekte, über Anträge, die sie ganz persönlich betreffen, in ihrem Umfeld vor Ort direkt abstimmen. Das hat jetzt noch nicht die bindende Wirkung. Du würdest dir vermutlich als AfD-Abgeordnete noch mehr direkte Demokratie, aber sehr viel verbindlichere auch Abstimmungen wünschen, oder? Ja, das ist wirklich so, dass da also die Landesregierung oder die zukünftige Landesregierung, die ja dann hoffentlich sehr viel blauer aussehen wird, da sich was ins Buch schreiben lassen muss, dass wir also auf dem Weg zur direkten Demokratie auch Verbindlichkeit für die Bevölkerung hier in Brandenburg schaffen. Es gibt es in anderen Ländern auch überhaupt die Hürden einer Einwohnerbefragung sind in Brandenburg im Verhältnis zu anderen Bundesländern extrem schwierig und extrem hoch. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir diese Hürden etwas absenken und dass die Bürger die Möglichkeit haben, über ihr direktes Leben sehr viel einfacher und sehr viel direkter verbindlich abzustimmen. Tesla gescheitert mit seinen Erweiterungsplänen, das erstmal in einer noch unverbindlichen Bürgerbefragung, wie tatsächlich die Abgeordneten sich vor Ort in der Gemeinde Grünheide verhalten werden. Das wird Kathi Muxel für uns als diejenige, die da auch drin sitzt in der Gemeindevertretung sehr genau beobachten und das natürlich auch hier in den Brandenburger Landtag und in die AfD-Fraktion tragen. Das waren erste Ergebnisse der Abstimmung, die es da in Grünheide über die Erweiterungspläne gegeben hat. Dankeschön, dass du heute hier warst, Kathi. Danke, Detlef. Und das war diese blaue Runde. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus dem Landtag. Tschüss. Zuhören. Verstehen. Mitreden. Die blaue Runde. Der Politik-Podcast aus dem Landtag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017